Echt beeindruckend, wie viel saubere Energie wir hier erzeugen. Auch, weil sich die Bürger engagieren. Seit 2011 haben wir dafür ein Genossenschaftsmodell, gemeinsam mit Partnern. Die Norddeutsche Energiegemeinschaft. Auf diese Weise wurden schon mehr als 22 Millionen Euro in saubere Energieprojekte investiert. Um Ökokraftwerke von wahrer Größe zu schaffen. Mit denen wir die Energiewende in unserer Region voranbringen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017